Hallo Freunde, heute mit einem Wochenabschluss und vielen Ausgaben. Ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, sagen wir wie es ist. Und ich würde sagen, wir starten wieder durch. Aus meiner Geldbörse habe ich mir bereits meine kleinen Umstände geschnappt. Ich habe aus der Tankstelle schon Geld ausgegeben, das heißt ich habe für 55 Euro mein Auto vollgetankt. Drogerie war ich noch nicht. Nein, Fun Money habe ich von den 40 Euro schon 20 Euro ausgegeben, das wird knapp diesen Monat. Lebensmittel habe ich komplett verscherbelt mit Ausnahme von 2 Euro und ein paar Cent und Giving ist auch weg. Und ich würde sagen, damit starten wir dann auch direkt in die Kategorien. Wo ich schon mal ein Kreuzfeld machen kann, ist bei Zusatzeinkommen, weder privat noch gewerblich, kam da diese Woche was dazu. Lebensmittel habe ich, für Lebensmittel habe ich ausgegeben 43 Euro. Da wir aber die 2 Euro woanders reinpacken werden, schreibe ich hier 45 hin. Ich hoffe, ihr versteht den Zusammenhang. In Tankstelle sind 55 Euro geflossen, in Fun Money habe ich 20 Euro ausgegeben, genau. Und in der Drogerie war ich noch nicht. Und Giving sind die 5 Euro auch direkt weg. Was weg ist, ist weg, ist nicht schlimm, ist alles gut. Und ich hatte definitiv Ausgaben im Bereich Beauty. Hier habe ich die Einträge leider noch nicht gemacht, habe ich irgendwie verpennt. Und doch, das war jetzt falsch. Also Woche 1, 2, 3, 4. Genau. Obwohl, so falsch wäre das jetzt auch gar nicht gewesen. Und zwar hatte ich Ausgaben in Beauty. Ich habe 60 Euro ausgegeben für eine Bestellung. Das wollte ich euch mal zeigen. Also Warenpräsentation kann ja meine Lieblings-Make-up-Brand wirklich gut. Ich habe bei Charlotte Tilbury bestellt. Und zwar das neue Airbrush Flawless Powder. Habe mich total interessiert. Habe ich das erste Mal ausprobiert. Ich muss noch gucken, wie geil ich das finde. Und mein absolut liebstes Produkt, was Highlighter-Produkte angeht, ist der Flawless Filter. Hatte ich ja in groß da. Jetzt habe ich mir den in der 5,5 Milliliter Flasche bestellt. Das kommt mir gerade sehr wenig vor, tatsächlich. Und dafür war er dann doch ein bisschen teuer. 5,50 Milliliter. 15,5. Also jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ist auch egal. Auf jeden Fall mein Lieblings-Highlighter-Produkt. Ich hatte die große Flasche davon. Das hat sehr lange gebraucht, die leer zu machen. Und deswegen habe ich mir den Kleinen bestellt. Aber das Preis-Leistungs-Feld ist natürlich bei einem großen Produkt viel, viel, viel besser. Und als Prüfchen waren dabei, ich habe es nicht ausgewählt, das war einfach dabei, das Magic Serum. Und ich glaube auch die Magic Cream. Genau. Das sind gar nicht so Produkte, die ich richtig toll finde. Skincare ist und bleibt die Melanie Dalton Girl. Aber ich finde, sowas kann man immer gut in ein Päckchen packen, wenn mal jemand was gekauft hat oder wenn man was verlost. Von daher, genau, 60 Euro. Und das muss ich auch tatsächlich noch rausnehmen. Denn das Päckchen ist heute auch erst angekommen und das Geld geht von meinem Konto ab. Das heißt, das habe ich bar bezahlt. Hier sind jetzt 120 Euro drin. Das kriege ich auch nochmal eben die Werte, die trage ich zum nächsten Mal nach, die hier noch nicht eingetragen waren. Das heißt, 60 Euro, das muss ich dann einwechseln. Das kann ich eigentlich ganz gut machen mit der 52 Weeks Challenge. Mache ich den 100er kleiner. 50, 70, 90, 100. Und die 100 gehen dann in die Challenge zurück, sodass hier jetzt immer noch 120 Euro drin sein müssen. Also 50, 70, 90, 110, 120 und 60. Packen wir dann direkt back to bank. Genau, weil was erledigt ist, ist erledigt. Das muss ich natürlich aufschreiben. Ich frage mich allerdings gerade, wieso hier 130 Euro steht. Ich glaube, ich habe vor dem letzten Mal zu wenig Geld reingepackt. Ach nee, falscher Umschlag. Ach, vergesst es. Beauty. Beauty sind aber auch 130 Euro, die 10er. Der 10er ist auch noch hier drin. Das heißt, er passt alles. Wir haben heute, ich habe gar keine Ahnung, den wievielten haben wir denn heute. Ist egal, ich trage das nach. Ausgabe minus 60 Euro, das heißt, hier müssen jetzt noch 70 Euro drin sein. Und wie ihr seht, das passt. Und sonst habe ich aus keinem Topf etwas rausgenommen. Was auch gut ist, weil ich möchte eigentlich, dass die wachsen. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nur noch übrig, dass ich aus den Wochenbudget, Wocheneinkäufe, ich habe ja letzte Woche nur 40 Euro gestopft, das heißt, ich habe dann diese Woche 5 Euro mehr. Ja, das heißt, 50, weil normalerweise in meinem Wochenbudget ja 45 Euro. Deswegen ist auch so wenig übrig geblieben. Dann passt das nämlich auch nicht hier. Ich habe auch vergessen, dass das ja nur 40 waren und nicht 45. Wenn ich das Video so spät gedreht hatte, waren schon ein paar Tage vergangen. Genau, das kommt dann natürlich wieder in den Lebensmittelumschlag. Und ich freue mich so, morgen geht es nach Frankfurt zu einem tollen Event mit Dalton. Und ja, ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Ich freue mich so, die Mädels wiederzusehen, die ich auf Corfu kennengelernt habe. Auch die Dalton-Mädels, dass einfach so tolle, liebe, wunderbare Menschen sind. Ganz, ganz toll. Wir haben auch, ich habe auch ein Video zu den neuen Produkten von Dalton hochgeladen. Oder werde das hochladen am Samstag. Dieses Video hier geht ja erst am Sonntag online. Schaut da unbedingt rein, gibt einen fetten Rabatt-Code und gibt eine Kleinigkeit zu gewinnen. Aber wirklich nur mit Kleinigkeit. Und ja, vielleicht ist ja was für euch dabei. Und 25% Rabat sind auch einfach scheiße Geld. Ist wie es ist. Und für die 52 Weeks Challenge habe ich eigentlich kein Budget, weil nichts übrig geblieben ist. Außer den 2 Euro aus dem Lebensmittelbudget. Und die packen wir rein. Es geht halt nicht jede Woche, gehen halt nicht jede Woche 30, 40 Euro. Das geht nun mal nicht. Und ja, Kleinviel macht auch Mist und mühsam ernährt sich. Mein Gott, noch eine Phrase muss jetzt auch nicht sein. In diesem Sinne, war es das. Genau. Also hier muss ich natürlich ein Minus eintragen. Und ich mache das auch nicht in blau, sondern meine lieben Influenza-Kolleginnen einfach mal in rot, damit man sieht, auf den ersten Blick, da ist Geld rausgegangen. Genau. Minus 60 Euro. Das war's. Das war mein Wochenabschluss. Kurz und knackig. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee aus und setze mich dann vor den Fernseher. Alles Liebe für euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und bis dann. Bis dann. Vielen Dank.